Hallo, wisst ihr eigentlich, was Adaptogene sind? Adaptogene sind ungiftige Heilpflanzen, die eine intelligente Heilwirkung haben. Je nach individueller Forderung regen sie zu schwache Körperfunktionen an oder dämpfen ein zu viel. Zugleich stärken sie das Immunsystem und allgemein die Gesundheit ohne Nebenwirkungen. Das hier ist eine Giangulanpflanze. Ja, zu ihr habe ich eine kleine Geschichte, denn das ist ein Überbleibsel von meiner großen Pflanze, die ich in der Türkei hatte, als ich noch in der Türkei lebte. Und als ich dann hier rüber gesiedelt bin, nach Teneriffa, habe ich ein Stück von der Wurzel in meinem Koffer mitgenommen, aus Verzweiflung und Angst, dass ich hier keine solche Pflanze mehr haben werde. Und siehe da, die Wurzel hat es überlebt und ich habe jetzt tatsächlich wieder eine Pflanze. Ja, der Giangulan gilt als das Kraut der Unsterblichkeit. Eben aus den genannten Gründen. Adaptogen heißt eben, dass die Wirkung wirklich nur dort eintrifft oder zum Tragen kommt, wenn sie gebraucht wird. Also diese Pflanze hat überhaupt keine Nebenwirkungen. Und das Schönste ist, man kann sie jeden Tag zupfen, denn sie ist, also man kann die Blätter roh essen. Und darum geht es mir eigentlich. Ich möchte sie nicht kochen und nicht trocknen und so. Ich möchte frisch von der Pflanze zupfen können, ohne dass sie es mir übel nimmt. Und das kann ich mit dieser Pflanze. Also sie hat ganz viele gesunde Auswirkungen auf Stoffwechsel, Kreislauf, Regeneration. Und deshalb liebe ich sie so sehr. Und vor allem ist sie ganz leicht zu ziehen. Sie ist völlig anspruchslos. Und wenn man aufpasst, dass sie keine Ungeziefer oder eben keine Mitesser bekommt, dann hat man sehr viel Freude daran.